Theodor Mommsen, die afrikanischen Provinzen, das römische Imperium der Cäsaren. Nordafrika steht physisch und ethnografisch, inselartig auf sich selbst. Die Natur hat es nach allen Seiten hin isoliert, teils durch das Atlantische und das Mittelländische Meer, teils durch den weitgedehnten, des Anbaues umfähigen Strand, der großen Sörte, unter dem heutigen Fässern und im Anschluss daran durch die ebenfalls der Kultur verschlossene Wüste, welche das Steppenland und die Oasen der Sahara südlich abschließt.